Für Kinder sowie Erwachsene gestaltet sich das Programm bereits ab den frühen Morgen bewegt und vielfältig, unter anderem mit Qigong, Tebo, Cubudo oder Capoeira-Einheiten. Und beim Ausatmen vorne rüber und mehr mit Knacken. Ja, sehr natürlich, weil das ist Qigong am Morgen, das gibt die richtige Power und vertreibt die Sorgen. Capoeira mache ich noch, also eine afro-brasilianische Kampftanzkunst. Das mache ich heute jetzt zweimal, morgen zweimal und übermorgen einmal noch. Und welche Sportarten machst du, nur welche Kampfsportarten? Also ich mache Karate, Cubudo, Capoeira, MMA, Tai Chi, Qigong, Kyushu. Ja, das war's. Ja, das war's. Also ich mache Kampfsportarten. Das war's.